Hallo Leute, wir spielen wieder eine Runde Nebulus, wir spielen FFA, oh, das ist schön, so ein blaues Teil, und noch eins, ja, so leicht das hier heutzutage, ne Leute, einfach diese ganzen kackblauen Teile einsammeln, groß werden, oh, der ist meiner. Oh, bitch, come on, I can eat you, and he can eat all of you. So, Leute, es könnte ein kurzes Video werden, es könnte aber auch ein langes Video werden, ich werde so lange spielen, bis ich vollkommen aussterben werde. Ich kann ja sehen, wann das sein wird. Fall sein wird, oh, boah. Bruh. Das war richtig, dass ich genau dann wieder zusammensetzen muss, wenn ich abfeuere. Aber so ist das dem, was wir immer machen. Bruh. Also, es wird, da muss man aufpassen, da muss man wirklich gut aufpassen. Es wird von überall gelauert. Wirklich, das ist sehr schwer, sich hier... Danke, Bruder. Danke. Merk ich mir. Wahrscheinlich. No, 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 mich brauchst du nicht fressen. Bruh, würde ich mal sagen. Ja, da kannst du auch direkt aufhören. Du hast verkackt heute. Und ich verkackt, glaube ich, gleich auch. Ja, komm, wir spielen noch eine Runde, weil der asoziale Arschloch, der mich helfen wollte, mich einfach aufgefasst hat. Bruh. Das war mies. Irgendwann verpiss dich doch mal. Ich wollte dir was einsammeln, du fetter Sack. Also, Überlebensmodus werde ich nicht machen, online vor der Kamera, weil das stottern einfach aufregt und man dann einfach gar nicht zocken kann. Im Überlebensmodus, da verkackt man einfach übel. Ja, brö, ne? Alles klar. Ich bin noch nicht in den Top 5 drin, ne? Boah, das war knapp. Soll ich? Nee, lieber nicht. Dann werde ich später im Nachhinein noch aufgefressen. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Oh, Mist. Du Hundersohn, ich hab dir doch geholfen. Esel, ja. Egal, wir spielen mal einfach Fußball, Fußball macht Bock. Da wird man auch sehr schnell groß. Ja, wir haben immer noch mal. So, eine Runde noch, das hier. Dann ist auch Ende für heute. Jawohl, ich hab's geschafft. Ich friss den jetzt auf. Wo ist er? Guck mal her. Sag jetzt nicht noch einmal an, dass ich auch nur in die Nähe von meinen Todes komme. Ich bin nicht der Veste von meinem Lümm. Kolasu! Riech. Riech. Alles klar. Wir gehen jetzt einfach mal unten in die Ecke, da waren zwei Stück. Boah, nur das war mies. Cool, cool. Du dachtest wohl, du bist was Bessere. Boah. Ja, den Ball kannst du wieder zurückgeben. Boah. Boah. Kurasu, ich habe ein Tor jetzt hier. Du. Bom, 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 bom. Da kann ich leider nicht so machen, Bro. Da kann ich leider nicht so machen. Boah. Boah. Leute, wir sind 4-1 am Film in irgendeinem Arsch, sag ich mal, war das jetzt, der uns zum Teilen gebracht hat. Junge, ich, ich, so Leute, es tut mir leid, da war eine Werbung drin, ich wollte die euch nicht zeigen. Ist ein bisschen scheiße, weil mich das übel aufregt, diese ganzen Werbungen zu haben. Alles klar, der wechselt jetzt einfach. Egal, Leute, diese 3 Minuten spielen wir dann auch noch, kein Problem. Also ich habe jetzt angefangen, bin schon größer dazu. Und hier mit dieser Mannschaft, den wir 3-1 ab verlieren. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Du, 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 du. Bruh. Bruh. Du. Ah. Ja, das war es dann auch wieder mit der Folge von Nebulus. Let's play. Also Leute, es tut mir leid, aber ich höre jetzt auf. Ich habe auch noch andere Sachen zu tun. Ciao. Und vergiss nicht, abonnieren und ein Like oben lassen. Und vergiss nicht.